Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video. Lange nichts mehr passiert hier auf dem Kanal. Ich wollte euch mal so auf den aktuellen Stand bringen, was bei uns so aktuell alles los ist. Warum kommen keine Videos online und was für einen Nachwuchs haben wir? Ja, also viel ist aktuell bei uns nicht los. Kann auch gar nicht, weil ich darf mich offiziell laut Arzt kaum bewegen. Ich habe mir nämlich wahrscheinlich den Sprunggelenksknochen angebrochen und soll mich erstmal nicht bewegen, bis die genaue Diagnose überhaupt da ist. Aktuell sieht es bei mir so aus, dass ich ganz entspannt auf der Couch liege. Mein Fuß meiste Zeit in dieser Position, weil es einfach am bequemsten ist. Ja, was für Nachwuchs haben wir? Vor einigen Wochen, um genau zu sein, glaube ich, müssen es mittlerweile gut vier Wochen her sein, haben wir Nachwuchs bekommen. Nein, also nicht wir, sondern wir haben was gekauft und das lebt. Musik 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 Allzu gut gesehen, was es war. Es sind ein paar mehr Schweine und das genau ist unser Nachwuchs. Die zwei sind nicht unbedingt für die Kamera gedacht, deshalb auch nur ein kurzer Ausschnitt, weil das ist für die einfach zu viel Hektik. Das macht die einfach nur verrückt. Und ja, Technik-Nachwuchs haben wir übrigens auch bekommen. Das Ganze ist eine Nintendo Switch, wird auch rigoros benutzt von meiner Freundin sowie von mir. 1A, nebenbei zocken wir auch gerade ganz viel Playstation, weil was soll ich den ganzen Tag machen, wenn ich hier auf der Couch hocke? Weil ganz ehrlich, wenn ich mich nicht bewegen darf, dann zocke ich lieber. Und ich verlinke euch mal oben in der Infobox was dazu. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn neue Videos online kommen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang. Ich versuche euch jetzt auch jede Woche mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen bzw. ich versuche ab und zu mal ein paar Videos zu cachen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es bald wieder richtig losgeht. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin einschaltet und freue mich, wenn ihr das Video angeguckt habt. Ich danke euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Danke euch. Draeraamos.